Einen fetten guten Tag, hier ist Benchubi, zurück mit einer neuen Folge von Let's Play City Skylines und wir bauen weiter zunächst unsere geile Infrastruktur. Ich möchte, ah genau, da möchte ich was hinbauen. Okidoki. Aber ich möchte ja, oh geil, wir könnten theoretisch so einen Kreisel hier hinbauen. Oh, das würde mega fett aussehen. Das würde mega fett aussehen. Jetzt machen wir das mal hier so. Genau. Benutzt sich gut. So, der leicht aufs Wasser. Oh, das hat was. Leute, das ist geil. Das hat was. So. Das sieht aus wie ein Cola 25er Pack. Wo die Dosen drin sind. Mega. Voll. Gefällt mir so. So. Schwuppdiwupp. Geil. Wusste ich gar nicht, dass man die so auf dem Wasser platzieren kann. So. Okay. 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 Das lassen wir mal so. Okay. Die Bilanz ist ein kleines bisschen wieder ins Minus geraten. Äh. Dann gehen wir kurz mit dem Wasser und hier mit dem Müll nach unten. So. Wir haben hier Krankenhäuser. Ja, da gehen wir auch kurz nach unten ein bisschen. Dann sind wir auf alle Fälle in Plus. Okay. Dann könnten wir so geile Straßen bauen. So sechsspurige. Mega. Echt mega geil. Sehr schön. So. Soll ich das mit da oben noch befinden? Geht das? Gibt es hier irgendwo einen Snappoint? Ja, ist mir schon klar, dass der Platz bereits schon überlegt ist. Ja. Genial. Gut. So, den Shit hier reiße ich auf alle Fälle ab. So. Genau. Ich würde sagen, einen können wir lassen oder lassen wir mal diese beiden. So. Reißen wir das auch noch ab. Genial. Also, das freut mich jetzt irgendwie, dass man das genau so bauen kann. Okay. Dann machen wir jetzt. Wir wechseln ein bisschen die Ansicht. So. Schön in die Mitte rein. Zack. Hallo. Geil. Geil. Freut mich gerade tierisch, dass das so geklappt hat. Okay, da brauchen wir das nicht unbedingt. Dann schön in der Mitte verbinden. Okay, da brauchen wir es auch nicht unbedingt. So. Schön hier hinziehen. Sobald wir das gebaut haben, das wird vermutlich die nächste Folge sein, werden wir unsere Bevölkerung weiter updaten. So. So. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay. Hier, das müssen wir auf alle Fälle verbinden. Ist das jetzt schräg? Ne. Sollte noch passen. Okay. Ziehen wir das hier weiter durch. Schön in die Mitte. So. Okay. Gut. Hier können wir noch da eins. Da eins. Und den machen wir so. Ebenfalls so. Ja, geil. Freut mich das jetzt. Wie ein Dieb. Freut mich das. So. Okay. Gehen wir mal hoch. Boah. Das sieht mega episch aus. Das sieht echt mega episch aus. Wir ziehen das noch ein bisschen so. Und. Ah. Können wir noch nicht ganz gerade verbinden. Egal. So. Machen wir weg. Sehr schön. Sieht geil aus. Richtig geil sieht das aus. Okay. Jetzt haben wir aber ziemlich viel Infrastruktur gelegt. Gut. Jetzt brauchen wir dann bald. Ah. Die. 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 Die Energie. Die. Blablabla. Brauchen wir gar nicht so viel Energie zur Zeit. Okay. Dann gehen wir Energie ein bisschen runter. Kein Problem. So. 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 Okay. Ja. Mega. Gefällt mir echt gut. Und da fangen wir dann an in der nächsten Folge das zu bauen. Ich lasse jetzt offline das Spiel ein bisschen laufen. Damit wir hier ein bisschen Kohle zusammen bekommen. Damit wir dann in der nächsten Folge richtig geil weiterbauen können. Ja. Gewerbegebiete wurden benötigt auf alle Fälle. Das heißt für mich, dass ich hier einen kurzen Break mache. Wie gesagt, das Spiel lasse ich laufen. Und dann beim nächsten Mal gibt es einen längeren Park mit einer längeren Baufolge. Würde mich freuen, wenn euch der Park trotzdem gefallen hat. Auch wenn er kurz war. Seht es als Tutorial im Ringe Kreise bauen und vernetzen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Benchubi. Ciao.